Rapperin Shirin David und Fußballerin Alisha Lehmann haben laut der Aussage eines Rappers mehr als nur einen gemeinsamen Podcast miteinander. Erst neulich hat Shirin ihre zweite Folge aus ihrem Podcast veröffentlicht. Zu Gast war erst Chindi, mit dem sie auch über ihren Beef gesprochen hat, aber auch über Botox und Schönheitsoperationen. Und nun war Alisha Lehmann da. Mit ihr hat sie über peinliche DMs gesprochen, so wie sie sich beide kennengelernt haben und auch noch ganz viele andere wilde Themen. Immer wieder mussten die beiden kichern und wurden auch ab und zu rot. Rapper Animus kennt angeblich die Wahrheit über die beiden. In seinem Podcast erzählt er nämlich, dass die beiden in einem Club nicht nur getanzt, sondern auch rumgemacht haben. Angeblich gibt es immer wieder Leute, die im Club sind, die auch ihn kennen und die Storys weiter erzählen. Er meinte in Verbindung mit dem rot werden und ständig kichern, konnte er eins und eins zusammenzählen und somit bestätigt sich diese Geschichte. Bitte beachtet, ich gebe nur das wieder, was er behauptet hat. Die Echtheit kann ich natürlich nicht bestätigen. Dazu müssten Shirin und Alisha sich selbst äußern. An die Rap Check Community. Jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, haben die beiden wirklich miteinander rumgemacht und was denkt ihr darüber, dass Animus das einfach so preisgibt? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.